Ja, da sind wir wieder. Wir machen genau an der gleiche Stelle wieder weiter und direkt der nächste Team Go Rocket Boss. Das können wir auch tauschen, wenn du willst. Nö, kannst du einfach mal. Schüttel mal die Couch, oder? Tipp nochmal auf A. Na, okay, dann musst du gleich nochmal schütteln. Ist egal, den einen jetzt machen wir so einfach fertig. Hä? Wo ist denn bei dir los, Pisa Flo? Wieso, ich weiß es nicht mehr so effektiv. Summer. Das ist halt sogar... Ah, jetzt! Koop Trainer. Was war das denn jetzt? Wieso hat das so lange gedauert? Oh, der ist ries. Gib du ihm nochmal den Rest, weil das wird nicht komplett reichen. Ist er vor? Jo, der ist ja vor. Echt? Oder so, oder? B ist keine Ahnung. Ja, ich habe einfach ein bisschen. Das reicht einfach. Jo, der sollte auf jeden Fall genügt. Das reicht auf jeden Fall. Ja. Cooler, mega sauger und gigasauger später ist halt... Du kriegst halt selber kapitel. Ey, guck dir das mal an, ne? Ist schon krass. Und dann halt hier wieder runter, ne? Weil, ich meine, wen interessiert das? Ist so. Es ist halt eigentlich nur für die Aufnahme, ne? Ja. Eigentlich nur für die Aufnahme. Eigentlich kann ich genauso gut, ne? Das ist einfach oben mit einer Ecke machen und haben die beiden auch was machen. Ja, macht gleich auch. Du machst das? Ja, ich muss doch gleich nebenbei was anderes. Ja, vielleicht noch die Fortnacht. Okay. Also ich kann ja immer auf Aufnahme starten und shoppen. Bitte einfach. Ja, genau. Also willst du nicht weiter mitzocken, oder? Ne, ne, ich würde dann gleich noch mitzocken. Ja, okay. Dann eben bis? Oder? Was ist dagegen effektiv? Ist egal. Surfer ist ganz gut. Surfer ist ganz gut. Nein, nein. Schau. Was ist denn mit Pisa-Flo? Pisa-Flo kann einfach nicht werfen. Na gut, reicht auch. Ist gut. Ist gut so. Ich hab auch den Jokern rausgemacht. Dann muss ich jetzt kurz ein bisschen umstellen, gleich nach der Aufnahme, weil das läuft gerade alles über Mike. So, so, so. Will der auch noch mit uns irgendwas haben? Ne. Bingo. Toll. Ich find's ein Sonderbaum auch, ne? Ja, praktisch. Das ist wirklich praktisch. Kabine. Was haben wir noch? Mal einfach rumgehen. Der will doch bestimmt, oder? Ja, genau. Der will doch bestimmt, oder? Der will Stress. Ja, Stress. forscher jonas freundlich es geht los jetzt bist du doch wieder mal gucken ob er jetzt jetzt immer noch nicht drittiger kann es auf jeden fall ich habe jetzt alles klar das wird auch denke ich mal reichen wenn es nicht reicht kann es sowieso nicht angreifen ich habe noch die 100 wenn es so weiter geht wir haben sich jetzt seit drei stunden von 15 33 schau mal kurz denn ich gehe für den blätterhahn das ist nicht da denn es ist nicht anders das magneton sogar die weiten Nice. Alle haben vorher so gesagt, ja, sie werden wir voll floppen, was ist jetzt passiert? Ja. Das kannst du nicht aus den, vor allem aus irgendwie 10 Packs oder so haben wir 15 Mews ausgezündet. Wie kann das funktionieren? Scheiße, dann braucht man doch diese Teleportdinge. Ich weiß nicht, ob man live ist. Oder ob wir da zu schauen. Jetzt brauchen wir doch so ein Teleportding, weil wir müssen da irgendwie reinkommen zu Siggi. Ja und? Ne, ne, wir müssen da rein. Mal schauen. Mal schauen, was ist dein Chat offen? Ja? Mal schauen, was ist dein Chat offen? Ja. Schlaft, Bruder. Ich schau einfach mal, was Rolltubber ist es. Wenn du noch was zu trinken haben willst du auch Bescheid, ich bringe sie dir heute noch. Ja, ja, alles gut. Wie lange sind wir jetzt die Aufnahme? Wie viel lang? Ja, das ist erst wie du. Da ist auch wohl noch 2 Erekenze. Ich mach nochmal einen Mega Sauber. Dann müsste ich wieder ein bisschen ver... Dann hau ich noch mal ein Sofa. Ne, der macht ihr auch damit zu. Ja, aber Sofa, der kann nichts. Aber trotzdem kommt das schon rein. Oh, das dürfte jetzt aber richtig schön K4 Plus machen. Ui. Was ist denn das? Das hat auf jeden Fall was gebracht. Irgendwie, dass da nach oben und nach unten gegangen ist, ne? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das alles Menschen sind. Ja. So happy. So happy. Warte ich mal. So kann ich das schließen. Kannst du weiter machen? Nein, das ist mir nicht so. Nein. Aber ich habe wieder. Ähm... Nein, nein. Ich habe schon mal ein paar. Reicht ein Biss? Ja, wahrscheinlich reicht ein Biss. Dann noch auf jeden Fall. Wahrscheinlich reicht ein Biss? Ja, wahrscheinlich reicht ein Biss. Dann auch auf jeden Fall. du ich glaube du kennst die tracks inzwischen auswählen jeden tag jeden tag was ist das denn da holst du nicht her damit kann man anderen pokémon also warte ist das der dinge wirst du sie gekommen sie ich 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 probiere ab jetzt mal jeden da kann man sagen nach dem kampf machen wir dann aus ein bisschen kürzere ich habe in der woche drei bieten im kopf ich will verfehlen regelsen Ja, war der? Ja, denke ich schon. Ist ja nur Level 3, weiß ich. Ach, stimmt. Oh, nicht verfehlt, wow! Hm, ein Wunder! Wow! Ah! Der ist ja ganz nett! Ja, ich will jetzt das Ganze nicht anwerfen. Jetzt war einfach eben kurz ein bisschen. Dann mach ich einfach eben noch ein Biss. Der wird sowieso verfehlen. Weil das guckt man ja gar nicht an. Er hätte das jetzt überlebt, ne? Was ist das? Sah erst so aus. Das sieht immer so aus, weil umso niedriger die KPS umso langsamer ist das. Ja, nur das hat erst so kurz gestoppt Und dann bis weiter. Ja. Was muss man? Unser guter Kumpel. So, ja gut, nur du das nicht. Ach, komm. So, egal, wird das ganz guter Gefühl schon wieder rein. Reicht hat sogar. Ist gut so. Ich würd sagen... War's das? Ja. Ja, dann... Ciao, ciao, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.